Musik Musik Wir marken jetzt gerade die Kamera vorne auf die Nase, um dann den Piloten schön in Szene zu setzen. Alles klar, wir sind soweit. Im Endeffekt musst du einfach nur Vollgas geben und gucken, dass du so schnell wie möglich auf die maximale Geschwindigkeit kommst. Bis zum nächsten Mal.